Hallo und herzlich willkommen und willkommen zu einem neuen Paar zu NINTENDO LAND Ja, wenn ihr hier heute kommt, wenn ihr sagt, sind wir auch in meinem letzten Video für heute für die Leid, weil wenn ihr mitgebracht habt, noch ein paar Trinken machen wir heute noch hier in diesen extra Folge hier nur eine Solo-Astraktion Und dann sind wir hier, die anderen sind wir mal Sift gefunden, also kommen wir heute hier mit Jossi Pfut, Jossi Früchte Wagen hier und ich nehme, bitte mal, Mim So, und nun wollen wir einmal hier die ersten Punkte holen, denn da, hier war Wurzeln gesagt, zeichnen, ja, und Jossi geht's ja natürlich hier, diese Folge natürlich hier, denn, da kommt ja, Herr 1,0 ist Jossi, ich bin Jossi, war die Wald und Ich weiß nicht, wie es geht also, dass ich zeige euch mal dieses Spiel muss, zeichnen So, also, ein Level ist da gleich 70 Punkte Okay. Nein! Das Tor öffnet sich nur, wenn du alle Früchte aufgesammelt hast. Ich weiß. Tja, er ist der Fall hier, also. Jetzt geht's, also. Ich hab gerade ein bisschen Fail, aber mach nix. Die 29, 129 hab ich. Und nun, nächste bitte. Ähm. Yoshi! Das Geschenk mit der hübschen roten Schleife ist eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Geschenke brauchst du nicht aufzusammeln, um das Tor zu öffnen. Ich brauche das ja, also. Also, mhm. Eins, zwei. Tocke-Saft, also. 208, also. Was? Tu ab. Yoshi! Nein! Verdammt! So, letzt hat es endlich geklappt. Ein Leben leider verloren. Macht nix, hab gerade hier. Und warum da sind nur für die Punkte. Ja. Äh. Hm. Was? Zu was? Dieses blaue Häkchen ist überaus nützlich. Du kannst blaue Häkchen auf dem Touchscreen setzen. Sie tausen an der entsprechenden Stelle auf dem TV-Bildschirm auf. Okay. Verwende die Häkchen notfalls als Bezugspunkte. Aber, sei sparsam damit. Okay. Ja, äh. Tja, habe ich gerne hier leider zu zeigen, also. Freunde sind doch weggeholt, also. 250 Punkte. Hier, also. 203, also. Lassi. Äh. Früchtewagen, wenn ich gesagt habe. Ja, das spielt für mich da, also. Tja, in meiner Name wird die andere Aktion machen, denn. Ja. Hm. Was könnten wir noch in dieser Folge noch machen? Hm. Wir machen mal das ab. So Ballon-Tour. Ich nehme bitte meine. Und nur als der neue Pusse ist, ich glaube, heute wieder das Stift, oder? Ach so. Jetzt aber auch wieder das Stift. Oh, habe ich den gerade vergessen. So, Alter. Was machen wir noch in dieser Folge? Tag eins morgens. So. Das ist es. So, muss ich dann nun. So, muss ich ein bisschen nun fällen, denn. Wow, ich darf nicht so schnell ins Wasser reinkommen sonst. Wow. Ich glaube, ich darf nicht so schnell ins Wasser reinkommen. Wow! Cool! Sicher gelandet! Na? Hallo? Da immer guckt! Och nö! Vor der Kut war echt knapp gerade hier! Ah, mir zeigt die sich nicht bloß! Komm schon! Nein! Sicher gelandet! Zuerst Bonus-Punkte! Wow, warst du! Na? Spiel vorbei, tja! Was war lieber? Zuerst 130 Punkte? Wow! Gut, besser ist nun! Stempel erhalten! Frischflucht! So, also haben wir ein Stempel! Hi, also wir haben hier 214! Also, der Ballon-Tweb-Boys ist vielleicht auch ein Spiel! Verspielen! Davon! Ich glaube nicht! So ab und hier vorne werde ich... Die wird da nach oben und dann gucken was... Ähm... So, sogar nur ein anderes Spiel! Ich bin ein Peckchen! Ich bin ein Peckchen! So, und... So, und... Und... Ich bin ein Peckchen! Ich bin ein Peckchen! Ich bin ein Peckchen! So! Das werde ich jetzt gleich noch in der Folge aufmachen! Was ist das? Deko-Baum! Deko-Baum! Okay, und wo ist denn nochmal das zweite? Was ist das da? Okay, also ihr seht gerade, wir haben die Stempel! Drei von acht Stempel gibt's da! Einen von Link! Einen von... Wo ist die große Villa? Und noch einen von dem Balloon! Der Fortschritt beim... Wie sind wir? Ja, beim... Wollen wir nochmal... Bei diesen Links haben wir zwölf! Sechs beim... Beim Peck! Und Null! Beim... Wollen wir mal Null! Beim... Bei Metroid! Und weiterhin haben wir einen bei Yoshi! So! Also! Nein, ich möchte nicht dahin! Also! Okay, du machst! Sag dir, was ist da? Scheiße Auge! Ah, Scheiße Auge! So! Scheiße Auge! So! So! Komm mal raus! Dann aufhören! Dann aufhören! Dann aufhören! Dann aufhören! Dann schon mal zusammen! Dann jawν... Teust... Ja! Dann... so also wir gerade gucken wo weiter so also ihr habt natürlich hier kein zimmerbuch aber ich glaube so aber ich glaube warte für die folge von nintendo dann wenn es aber gesagt gefallen hat dann lass einfach ein abo da würde mich ganz freuen und wir sehen uns dann in der nächsten folge von nintendo land wo wir glaube ich wenn ich glaube mit dem twist aways dann mit twist aways oder bei vielleicht die anderen 3 mal vielleicht auch auch mit den gleich kommen da auch nehmt wo vielleicht YOLO oder so ja ich weiß nicht was aber ihr werdet dann sehen demnächst geht es dann weiter mit nintendo land wenn es euch hat dann lasst einfach ein abo da das würde mich ganz freuen und bis hier ist dann in der neuen folge von nintendo da bis dahin einrufeuert und ciao